ja willkommen mein name ist an die röp und ich begrüße euch zurück zu let's play kingdom arts final mix in der ersten folge haben wir hier unsere zeit verschwindet und wir sind noch nicht fertig habe ich das gefühl da da ist eine frucht nein ich will nicht das spielen man ich will ist ein toller übergeworden stimmt so ich will wecken ja okay nein ich will nicht den kapp machen ich dachte an erster auf dann fängt natürlich alles wieder von neu an jetzt aber ganz schnell man kriegt er jetzt immer noch ein punkt manchmal bin ich dort zwei oder drei ich verstehe es noch alter es nicht vom hat abhängt jetzt habe ich mal zwei buchern das verstehe ich das geht wieder zwei combo noch mal direkt jetzt hier noch weiter und wir laufen nicht fertig und das macht die kamera von den absicht hilfe macht ja auch immer diesen schlag den einheit ich lieber er macht ja nicht mal der macht immer diesen schlag hier ein bisschen doof dann lass mich verdammt noch mal so ein riesiges stück auf so ein kistoffer aufnahmen auch weggegangen umfällig zeit noch weiter als das ding kaputt geht jetzt wer ist das nicht wippen komm lass uns wirken ja wollte ich doch gerade aber du bist einfach abgab lupia ja meinetwegen so er ist keine frucht da war irgendwo eine hier eine seltene flucht da muss ich noch hier irgendwo kommt man da noch ja ich würde da in das ist ein item sonst nichts ja ich bin ja so mit rettsplitter oder so bollgummi ok dass ich ob das gut ist dass die kommis alle auswendig so dass ein frucht von hier ist dank schon ruhig halkon sie nur all die früchte das hätten wir euch nie geschafft okay das ist so ein stichwort gegen geheimnis also habe ich ja alles mit ruhe ach so wenn man reingekommen ok ich habe zwar letztens schon geschafft bei bekehr aussehe ich hatte im haus ist auch nicht nur eine welt haufe ich also ein gebiet ein gewundener stammiger fahrt hinein schon hallo hallo wir sind verglückt und froh was machst du jetzt schon wieder was ich raten das ist voll dämlich erfüllt seinen eigenen fußchen was machst du da pro ich halt habe ich muss mit dem typen sie verschwinden sonst wer die die alle mitgenommen haben dass sie sind ihre fußabdrücke wir bleiben alle zusammen damit niemand wieder verloren geht aber dann sage ich nach unten und detektiv fußabdrücke ich bin eben rücksmäuschen still gefeuert plötzlich waren alle weg böse gestalten müssen sie mitkommen haben wo ich glaube diese fußabdrücke sind warum spürt denn eigentlich niemand ein wer ist gefährlich naja egal ich helfe dir deine freunde zu suchen reichen sind jetzt hier im lotzen hier wieder alles analysiert wird nur nicht der der alter ich kann mich analysieren ich kann mich analysieren ich kann mich analysieren jetzt fragt mich dass ich hier ja hallo was hast du verstecken ich suche stöcke um ein haus wieder aufzubauen das puke kaputt gemacht hat stöcke für ein haus dieser ort ist doch schon wie ein haus es ist ein geil mit der ort um ein zu versammeln wenn wir sie wieder gefunden haben oder einsperren zombie dreht er sich um dann komm her du leicht gestörter und ich fetisch ist ja wer muss sich ja um den behinderten ihr könnt ihr könnt mir nicht sagen hat er nicht behindert ist wir haben es schon zu viele sachen gegen gesprochen ich wollte nicht allein sein deswegen bin ich gefolgt aber dann ist eule in den himmel geflogen und ich war allein ich sperr mir sie alle da ein hey puja schnuppern mal in den blumen ich habe weg gehen sehen ich bin ihm hinterher gesprungen da bin ich ein bisschen zu hoch gesprungen und popa verschwunden ich die werbe ich schon extra garant ganz ehrlich jetzt kommen wir hin schnuppern den blumen also ich habe auch ein super sprung aber wird natürlich wieder nicht gemacht welchen brauche wer setzt sich darunter oder verblöder nein ich hasse diese bild so sehr ich hasse es brauche ich die man erschießen ja es ist eine sehr schöne animation ich werde ihn getragen ihnen nach oben in fünf tonnen schweren sehr schön zehn milliarden lange sequenz wie ich da hochgehe hier ist dann nicht auf einmal da da gehe ja rein verwarte mal da ist ein loch drin oder auch nicht hier ist er schon hier ist er schon macht jetzt gut hey davon seit mal endlich hier durch einfach durch nach wie geht's die krise dachte ich sollte mal ein wort mit über seinen springereien das nächste an dass ich mich erinnern ist das nämlich dass ich mich verlaufen hatte habe ich noch mal zu hohe doch hat dagegen schlagen ich wollte so springen wie ein tiger ich war so mit springen beschäftigt dass ich vergessen aber wo ich hin gesprungen bin ok da ist wieder hoch danke jetzt geht er rein und voll den zettel aus hallo ferkel wo sind wir ich weiß nicht wo wir sind werke wenn wir den gleichen weg zurückgehen finden wir bestimmt wieder nach hause oder jetzt einen vollkommen anderen weg was kommt herunter ich bekam angst als alle weg waren und habe mich versteckt jetzt haben wir sie alle eingesperrt ist zufrieden sind alle da verloren seite hat sich immer ich bin so glücklich dass wir alle zusammen sind ich wusste nicht was zu tun wenn ich alles alleine war so gut ich bin ein kugger ach, ich bin ein kugger so gut die veröffentlichste über tiggers sind dass ich nur da aber ich weiß dass Freunde sind sehr viel Spaß auch Kann dir mal jemand schlagen? Ich verschwinde, ich halte sie nicht aus. Ich habe meine Freunde, sie sind für mich. Ich hoffe, du findest deine Freunde. Sora, nicht vergessen, wir werden immer hier sein. Ja, tschüss, mich seht ihr ja nie wieder. Nein! Nie wieder! Nie! Nie! Also vielleicht in den nächsten Teilen. Ha 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 ha! Ah, schön! Das hier nicht mehr hin muss. So, jetzt haben wir den Part auch geschafft. Ich bin so froh. Was machen wir jetzt die nächsten 15 Minuten? Und wir jetzt schon in die nächste Welt gehen sollten. Was steht denn jetzt hier noch offen überhaupt? Ich weiß gar nicht. Erstmal nehmen wir hier Abilitarmine und geben sie mir und mehr. Und hier. Und hier. Und hier. So, XP-Ring, XP-Ring. Äh, LP, Angriffskraft, Angriffsabweckkraft. Hm. Ah, okay. Sogar MP-Ring, XP. Warum nicht? Ich weiß nicht. Äh, dunkelmaterie. Ich war dunkelmaterie. Normalerweise haben wir auch mit zum Paten bekommen. Hm. Hm. Ich weiß nicht, wo wir jetzt hingehen sollten. Ich kann aber versuchen so profundes zu finden. Wieder einmal. Wenn ich sie mal raussehe. Endlich macht das Spiel wieder Spaß. Ja, aber ich weiß, was wir machen könnten. Es gibt ja diesen weiblichen Affen, der einen hier kaputt haut. Den können wir mal fertig machen. In dieser Welt. Aber erstmal. Wo? 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 Das, was? Genau. zięb spitze aften, der einfach auch aus abgeschossen hat. Den kann man fertig machen. Das hoffentlich, wenn ich irgendwann mal hier auf dem Rückweg begegnet, aber will ich ausgraben. Ich hab auch seltsam. Was ich gesagt habe, wir treffen uns am Meer. Frohe. Okay, wir tauchen keine Gegner auf, also wird natürlich wahrscheinlich hier sein. 'll setzen natale ihr matin ein weil das fischerveев Challenge einer überall Geschäft Hi, na? Nährst du dich? Licksa. Boxer niedlich. Willst du immer noch 5-8-8-7? Na, treffen. Ja, dann schocken wir wieder nicht. Mann! Ich habe ja wirklich... Alter! War ich dann überhaupt richtig? Das glaube ich nämlich nicht. Und ich habe irgendwas richtig gemacht. Mit einem bestimmten Erleben? Ich glaube, das ist so nicht gedacht. Ich glaube, ich muss sie erledigen, bevor die das machen. Alter, ist ein Umfeld. Das ist gut. Das ist gut. Was ist denn da machen? Boah. Wie mir jetzt gegeben haben. Warte, wie sich Level 99 bin. Na, geh auf der Fresse. Kann ich euch garantieren. Ah, ich kann ja immer nichts machen. Leck mich. Boah. Auch hier. Hat sich bei 20 Minuten schon sein lassen. Na ja. Gibt es ja eigentlich noch zu kaufen. Ich kann mir immer noch nicht das holen. Na ja. Hm. Was hier? Wir machen Feierabend für heute. Es war nur 20 Minuten, statt so 30 Minuten üblicherweise. Aber ich habe jetzt keine Lust, die nächste Welt anzufangen. Deswegen machen wir hier einen Schnitt. Und ich sage. Tschüss. Bis zum nächsten Fall. Von jetzt bei Kingdom Hearts Final Mix. Ich bleibe mich allererzlich vorzuschauen. Und sage Tschüss. Da war mein Schukop. Ja.